So ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder. Ich glaube, ich habe hier irgendwas gefunden, ich weiß es nicht, wo wir eben schon mal hier vorstanden. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, weil im Internet war es auch nicht irgendwie so ausschlussreich, weil ich glaube, oh Entschuldigung, dass ich irgendwie einen Nachfolger von diesem Planet Kalypso habe. Aber ich weiß es nicht, weil bei mir steht auch Entropia Universe Client. Bei dem einen sah das irgendwie ganz anders aus. Ich glaube, die Reihe hier, die war irgendwie größer mit mehr Icons oder so. Ich weiß es nicht, aber der Rest war, stimmte halt irgendwie. Wir lassen uns mal überraschen, weil ich habe das vom Original Planet Kalypso Seite habe ich statt hier runtergeladen, also muss es das hier irgendwie sein. Aber ich habe noch andere Dinge rausgefunden, da kann man auch gleich nochmal ausprobieren. So. Dauert jetzt noch ein Sekündchen, weil da, wo ich das irgendwie geguckt habe, der war schon irgendwie da in dieser einen Welt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier richtig ist, keine Ahnung. Ja, kann ich jetzt hier durch. Das Teleporter will not only take you on your one-way-trip from this starting area to your next destination, but this is also where you can modify your avatar name. You have not yet selected your avatar. Look in avatar customization. Okay. 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 Ja, was soll das denn jetzt hier? door control and shoes unique avatar name consisting of first name nickname and last name note that you cannot change these names after you leave the starting area uh nee nee ich will jetzt kein avatar erstellen Das war's. Okay, la. Und... Ich weiß, mein Englisch ist nicht gerade der Beste, aber wir müssen ja aus dem Scheiß, der wieder rauskommen. Hier muss doch irgendwie ein Portal oder sowas sein. Aber das sind alles nur Tutorials hier. Clothes. Hammer sogar schon. Avatar-Name. Shad. Avatar-Interaction. Movement. To aim a weapon or turn your avatar, click the right mouse button. Ah, das kann ich euch mal zeigen, was ich hier rausgefunden habe. Und zwar können wir hier auf Emote gehen und auf Dance. Und ich bin hier eben auf dieses Gangnam-Style gegangen. Und dann tanzt die hier wirklich. Ja. Die in Gangnam-Style. Ja, das ist zum Beispiel schon mal geil gemacht, oder? Was gibt es denn noch? Was gibt es denn noch? Was gibt es denn noch? Geil. Haha, geil. Okay, was gibt es noch? Okay, das ist jetzt nicht so der Burner. Aber das habe ich schon mal rausgekriegt hier mit dem Tanzen. Okay, emote, dance, das ist Pogo. Okay. Rave. Wir gehen jetzt erstmal die Tanzdinger hier durch. Was haben wir noch? Street. Yo. Yeah. Yo. Yeah. Und dann haben wir noch Tab. Okay. Äh. Oh, Messages. Und Tutorials. Achso. Fick dich. My Avatar. Ich will da nur was machen. Okay. 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 Blablabla. Ich will jetzt hier raus. Ich bin ein Let's Player. Ja. Hol dich hier raus. Ja, liebe Leute, ich kann euch nicht so viel von dem Spiel zeigen, wie ich es gerne würde. Wieso gehe ich jetzt hier gerade so komisch? Ja. Merci. Ich will da schon mal sehen. Was ist das? Oh. Nein. genesis da ja da macht doch mal was du star energy hier ich kann auch nicht mit den interagiert oder so ich habe keine ahnung was wir hier machen müssen 0 absolut 0 options key mapping das ist dann exit ich will raus in die welt nein nicht avatar nein nein progress no data ach so müssen doch irgendwie wenn na 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 Das gibt es nicht, dass wir hier festsitzen. Ich kann hier aber auch nichts machen. Dann muss ich mich hier irgendwo hinsetzen. Mit der Truller hier kann ich auch nichts machen. Ah, liebe Leute. Heute ist ein Revival. Teleporting. Okay, wir machen es einfach mal. Okay. Next Target Stand Stop. Das sind alles nur so Befehle halt, die man geben kann. Aber hier ist auch nicht irgendwie mal ein Hebel oder sowas, den man betätigen kann. Hier ist einfach nichts. Was sieht er, das? Was ist er, wenn ich mich hier... Wo war das denn hier eben mit dem Hinsetzen? Der Revival Terminal caters for your soul essence and recreates your body. Ach so. Wo bin ich denn jetzt hier eben drauf gewesen mit Hinsetzen und bla... Ah. Ah. Aber ich muss doch hier mal irgendwas machen können. Item Info Pickup, ja. Aber es leuchtet ja nie auf. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich kann nichts aufheben. Ich kann nichts aufheben.